Ja, schönen guten Tag erstmal zusammen. Haben wir euch ja schön das Ostern beschert heute. Auch in dieser Höhe verdient. Erstmal Glückwunsch zu Manuel, habe ich gerade schon gesagt. Wir haben heute gesehen, dass weder finanziell noch spielerisch unsere Liga ist. Der 1. FC Borgold. Die gehören auch in die Oberliga rein. Das kann man auch mal sehen. Hätte ja auch zweistellig ausgegeben können, muss man ganz ehrlich sagen. Hört sich jetzt vermessen an. Weiß ich, ich habe ja immer eine große Schnauze. Wir haben übermorgen noch ein Spiel gegen Niederflinigern. Und da habe ich drei Mann geschoten beim Tabellenführer. Aber selbst wenn ich dabei gewesen wäre, hätten wir 6 Uhr verloren. Von daher. Ich wusste auch nach der Provokation und auch nach unserem Erfolg im Hinspiel, dass wir uns heute ein heißer Tanzerwanderer bekommen und keinen Urlaub nehmen wollten. Wäre besser gewinnt zu Hause. Dann wäre ein Motivator weg gewesen. Also das war ja schon Motivation genug für die Mannschaft. Die Vorlage aus dem Hinspiel. Und es war klar, dass wir heute hier nicht bestehen werden. In der Höhe hätte ich mir gewünscht. Wenn wir dann 3-0 nach Hause fahren, dann hätte jeder gesagt, aber auch René hat sie gut verkauft. Ist leider ein bisschen daneben. Unsere Ziele sind andere. Und ich bin nachvollvoll der Meinung für 38 Punkte. Vielleicht auch 39. Und wenn die reichen sollten, wäre das ein Wunder für uns. Bei 5er Absteiger. Man muss immer die Mittel sehen, die man zur Verfügung hat. Und mehr ist eben die Brennen. Und ich wünsche Bauer alles Gute mit der Anlage hier im Weltklasse. Ich durfte einmal hier spielen, weil wir uns vorhanden tätig haben. Und es ist schon schön geworden alles. Ja, ich denke, dass der Motor so ein bisschen in der Rückrunde ins Stottern geraten ist. Wir hatten Guterung, Dritte gegen Schornebeck hier zu Hause. Und mussten dann letztendlich als Trainerteam, als Mannschaft gucken, wie kommen wir aus dem Stottern raus, wieder irgendwo in einem flüssigen Lauf. Ich hoffe, dass der Motor wieder rumläuft. Und auch Hamburg war, denke ich, ein erstes gutes Ausrufezeichen in der Woche, wie die Mannschaft da gespielt hat. Ich denke auch heute, wenn die Mannschaft weiter so spielt und die Dinge, die wir analysiert haben, so umsetzt. Ein bisschen haben wir dann umgestellt. Auch erste, zweite Halbzeit heute. Ein bisschen von der Ausrichtung her auf verschiedene Art und Weise gespielt. Auch dann hat der Gegner weiter Probleme. Die Leute, die reinkommen, setzen an und machen dann da weiter, wo derjenige, der rauskommt, aufgehört hat. War natürlich eine super Sache, dass wir Kevin Jung wollte einwechseln konnten. Ein vergnadeter Fußballer durch und durch, der uns irgendwo am 4. oder 5. Spieltag schon weggebrochen ist. Der heute noch mal kommt, den wir Woche für Woche sukzessive aufgebaut haben. Und heute hat er jetzt schon mal einen harten Zweikampf mit dem Torwart gehabt. Dann kriege ich auch die nötige Wettkampfherde. Die Angst muss letztendlich noch weichen. Auf Kunstrasen werden wir wohl nicht bringen. Also mal gucken, 1, 2, 1 Spiele haben wir noch. Dann werden wir ihn bringen. Und dann habe ich der Mannschauer gesagt, egal wer der Gegner ist, egal wer in der Hinrunde passiert ist, wir müssen noch viele Spiele gewinnen. Heute haben wir 1 gewonnen, 4 sind noch da und wir gewinnen müssen. Dann haben wir alle ein großes Ziel, hier Meister zu werden. Hier ist lange keiner mehr Meister geworden. Und dafür müssen alle, alle 2022, alles geben, ob sie spielen oder nicht. Das machen sie auch. Und dann werden wir die Spiele auch gewinnen. Und dann werden wir auch irgendwo Ende Mai zu feiern haben. Auf Wiedersehen.